Und damit zurück zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Kretsche und wir sind wieder dabei in Resident Evil. Kurzes Flashback, was ist in der letzten Folge passiert, da das jetzt eine neue Sessionaufnahme ist. Wir hatten so eine Art Bosskampf gegen die Mutter des Hauses, ja, gegen die Mutti. Und die hat uns so einiges abverlangt. Die war schon recht schwierig zu bekämpfen. Und das haben wir allerdings geschafft. Und jetzt haben wir hier die Laterne und die müssen wir als Gegengewicht im Gästehaus anbringen. Dann müssen wir nämlich hier wieder einmal zurück. Und dann in das Kinderzimmer. Der Kleine, also ich weiß es nicht. Ja, wird wohl die kleine Tochter. Ist das die Tochter? Weiß ich nicht. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich lasse mich da auch überraschen. Und ich hoffe mal, dass sonst hier nichts groß passiert. Ach, was mein ich denn? So, ich hätte jetzt zwei Möglichkeiten. Wir könnten einmal den großen Weg gehen. Oder wir gehen durch die Kanalisation wieder zurück. Was, so, es ist ja keine Kanalisation. Aber ich denke mir immer, das werde ich mit ihr machen. So, und dann gehen wir hier mal runter. So, und durch den Keller zurück. So, angekommen nun, jetzt wissen wir ja wo. So, dann sind wir wieder in der Lebsen. So, das Leben ist aber jetzt noch da. So, das hat mir gerade gar nicht gefallen. Ja, oh. Okay, hier ist nichts. Haben wir schon gelesen. Da war doch gerade ein Schatten, oder? Der von der... Okay. Wir legen die Laterne mal dran. Ja, und dafür brauchen wir natürlich die andere Laterne. Das wäre mit der nicht gegangen. Ach, heilig. So. Ich weiß noch gar nicht, ob ich da reingehen möchte. Aber ich glaube, wir müssen. So, und dann... Ein Krokodil. Na super. Das ist jetzt auch noch die Batterieleistung hier. Nach unserer schönen Taschenmacht. So, gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Okay, wir sind nicht alleine. Das ist jetzt noch ein bisschen. Dann wird mir im Krokodil. Ich habe ein bisschen. Okay. So, ich habe ein bisschen. Ich habe einen Krokodil. Ich habe einen Krokodil. Fahrrad Ja, die hat wohl gerne mit Puppen gespielt Das bedeuten soll, weiß ich nicht Ob es überhaupt was zu bedeuten hat Ja, mein schönes Teddybär Ein weiteres Bild Hat bestimmt auch die gute Erwin gemalt Tja, sieht nach einem Schiff aus Was zerbricht Und die Menschen von Bord springen Hier und da fliegt Ah, ich glaube das sind die Schmetterlinge Ja So, ich guck mal kurz auf die Karte Wir gehen jetzt hier in den kontaminierten Raum Und da kommen wir eigentlich nur noch in das Zimmer für Hausarrest Ich geh davon aus, dass bis dahin Irgendwas passiert Ich seh schon Oh man, das gefällt mir schon mal wieder gar nicht Oh, 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 oh Und das sind wieder die ekligen schwarzen Kreaturen nenn ich sie mal Irgendetwas stimmt mit ihr nicht Wohl nicht nur mit ihr würd ich sagen Wohl nicht nur mit ihr würd ich sagen Nein, warum gehst du aus Bleib fort Bleib fort Mensch, vielleicht wollen wir dir ja nur helfen Boah, ich dachte gerade jetzt versteckt die sich da Ich spiele mal ein bisschen Fußball Ich spiele mal ein bisschen Fußball Okay, jetzt sind wir hier in dem Zimmer für Hausarrest Okay, jetzt sind wir hier in dem Zimmer für Hausarrest Okay, das sieht nach einem Bett aus Und hinter dem Bett Ist was eingedrückt da ist Das heißt Das heißt, ah, eh, ich seh schon Das heißt, hier müssen wir rein Ach, du scheiße Ich will gar nicht zu der Die Serie A, ja, das ist ja schon mal super Oh mein Gott, ich schätze das ist ja Ja, das hoffe ich So, G002 Okay, und die Musik Die Musik Hey, bleib doch hier Hey, bleib doch hier Leute, hört ihr das? Ich glaube, jetzt kommen diese ekligen Ach was, guck dich mal die Wände an Das hat sie aber schnell gemalt Okay, ich glaube jetzt kommen diese ekligen Kreaturen wieder Boah, ja, ich wusste es Boah, ja, ich wusste es Ich wusste es Oh Mann Der liegt ja immer noch Was kann der denn ab, sag mal Bist du jetzt tot? Bist du jetzt tot? Zum Altar Und ich werde jetzt hier einfach durchspringen La 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 Da war schon der nächste Oh, ja, genau Wie ich die hasse, ehrlich Ach Mensch Schon klingelt das Telefon Hast du ihn gefunden? Ja, ich hab ihn Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird voll klappen Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus Gemeinsam Ich warte im Wohnwagen auf dich Okay Ich geh jetzt einfach hier unten weiter Wieder zurück zum Wohnwagen Ich muss mich erstmal wieder orientieren Ich muss mich erstmal wieder orientieren Okay Was war jetzt? Dann zurück War ja klar Wieder das Telefon Wo zur Hölle bist du? Ach Ist auch egal Wir brauchen nur noch den Kopf Und den hast du Und das wird mir und mir helfen Hey Kumpel Ich dachte du solltest wissen Dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe Sie und Mia sind hier bei mir Und sie leisten einander Gesellschaft Lass sie doch beide gehen Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein Das ist familienintern, Ethan Und nicht deine Sorge Verstanden? Also Wenn du den Kopf haben willst Kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen Und ich geb ihn dir Aber nur Wenn du an einer kleinen Nun ja Aktivität teilnimmst Die ich vorbereitet habe Nur für dich Welche Aktivität? Oh 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 Du bist schon ganz scharf drauf Aber keine Sorge Die läuft ja nicht weg Als allererstes hätte ich gerne Partner Dass du für mich einen Blick In den Kühlschrank dort Im Wohlwagen wirfst Leck mich Oh komm schon Sei doch nicht so Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt Schau In den In den Kühlschrank Okay Erst der Vater Dann die Mutter Und jetzt kommt also der Sohn Mit dem wir es zu tun haben Ich speichere mal schnell So und wir sollen in den Kühlschrank schauen Lecker lecker Das Schwein wartet im Zerlebungsraum auf dich, Miststück Oh ne Ich will nicht in den Zerlebungsraum Dann müssen wir wieder in den Keller So und ich glaube das ist da Der Deputy oder der Polizist Der in den seinen Kopf Wenn man sich erinnern würde Mit der Schaufel so von dem Vater Schräg Abgetrennt Und der ist doch etwas mutiert hier Hallo Okay Also der Zerlebungsraum Okay, wir haben gespeichert Und ich wette mit euch Da gibt es wieder diese Kreaturen Obwohl wir die ja alles schon erledigt hatten Gibt es mit Sicherheit ja wieder neue Da könnte ich drauf wetten Okay, ich speichere jetzt hier trotzdem nochmal schnell Denn ihr wisst, ja, speichern ist wichtig So Okay, wie viele Munitionen haben wir noch? Noch 6 Mal nach Ah, geht gar nicht Also ich habe auf jeden Fall vorgenommen An diesen Ähm Komischen Viechern hier Keine Munition mehr zu verschwenden Ich laufe jetzt einfach an dem vorbei Und das Problem ist Wir müssen nämlich Wir sind ja jetzt hier unten So, wo sind wir denn? Hier kommen wir jetzt gleich an Wir müssen hier wieder einmal den kompletten Weg rumlaufen Und Und Also wenn Auf der Langstrecke nichts kommt, ne Dann weiß ich auch nicht So Dann mach auf Das fände sie auch einfach durch Aber das tut mir leid, aber Das fände sie auch einfach durch, aber das tut mir leid, aber Also nur zur Info für die Leute, die meinen Ich könnte doch die Uli mal erschießen Das geht nicht, ich kann nicht mal auf die V zielen So, gibt's hier was Neues für uns? Natürlich nicht Hör dir das, ey Boah, Alter, was war das denn? Den haben wir aber gut erledigt, Leute Mit einem Schuss, Wahnsinn Jetzt können die Viecher auch noch laufen hier Die Totenstarre muss eingesetzt haben, seine Gelenke sind schon steil Ein abscheulich süßer Gestank Er fängt schon zu verwesen an Pooh, you're a real man Stick your hand down this fixed throat Und ich will das nicht tun Ach, nein Mh, yum, yum Da möchte doch jeder mal reingreifen, oder, Leute? So, Dave Ah, der Schlangschlüssel Wie klar ist das denn? Okay Das schöne kleine Ding wird dir helfen Zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst Um an unserer Party teilzunehmen Du musst dir den Eintritt verdienen, Ethan Der macht also eine Party für uns Okay, okay Oh, ja, Leute, nein, 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 nein Okay, hier gibt's auch nichts Neues für uns Ja, da ist die Oh, ja Uhhh Okay Ok Lalalalalalala Hüff 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 kann man das auch nennen aber das ist mir alle mal lieber als munitionen an diesen tieren so vergeuden ja so und wir haben auf jeden fall den schlangen schlusser das heißt schauen wir schnell auf die karte wir können jetzt in schlafzimmer der eltern und ins kinderzimmer dazu müssen wir in diese große halle wieder zurück wir sind jetzt sozusagen direkt unter dem schlafzimmer der eltern ich würde aber sagen gehen erst ins kinderzimmer das ist ein bisschen kleiner ich denke mal da wird es nicht so viel geben im schlafzimmer der eltern ok gespeichert haben wir und hier läuft schon direkt der nächste komm mal her mein juta so diesmal doch mal geschickt umlaufen ach wie sieht es denn hier aus wo haben die mich immer den falschen schlüsse mir kommt doch bestimmt auch gleich so ein tier raus oder ach Mensch hier sieht es aber nett aus es ist kaputt april oliver hat zu schreien aufgehört aber manchmal höre ich von oben ein klopfen mai es stinkt total und so ein seltsamer saft tropft von der decke wie auch immer weil ich zeit hatte habe ich die fernbedienungstrophäe noch einmal verändert jetzt leuchtet sie sogar nachts kraut sehr schön ja und ich muss sagen das ist mein zimmer in diesem haus was recht vernünftig aussieht ja ich sage zu den anderen zimmern so was haben wir hier ach Mensch kommen wir auch da hoch was haben wir hier noch gibt es ja auch was zu öffnen ein dietrich und ich habe nicht genügend platz festbrennstoff das heißt wir können da brauchen wir eine starke flüssige chemikalie ok tja das heißt wieder mal kein platz ok wir merken den uns auf jeden fall hier haben wir pillen die ich bisher auch noch nicht wirklich brauchte hier haben wir ein ball der scheint uns nicht zu helfen pistole munition zumindest ein bisschen davon genommen ich glaube ich nehme auch mal die pistole so dritter platz zweiter junioren erfinder wettbewerb recht viele pokale zweiter platz dritter junioren erfinder wettbewerb sonderpreis amateur robotermeisterschaft 1998 april bin mit mami zum krankenhaus in der stadt gegangen die haben mit einer komischen maschine ein foto von meinem kopf gemacht dann hat mir mami ein puzzle im spielzeugladen gekauft mit 259 teilen april doofer oliver ärgert mich immer du bist krank im kopf april ich habe oliver angelogen habe ihm gesagt er soll zu meiner geburtstagsfeier kommen dann habe ich ihn von außen auf dem dachboden eingesperrt mit einer fernbedienung er hat grollt lass mich raus lukas und ebenfalls april ich habe die fernbedienung verändert damit die blöde sowie nicht mehr zum dachboden kann habe sie mit einer meiner trophäen vom erfinder wettbewerb verein jetzt wird sie sie nicht finden nicht aber gemein so noch mehr zu den pokalen ja der hat ja immer nur ich hätte glaube ich den dritten platz belegt genau und hier den zweiten platz und das war eine robotermeisterschaft kommt die hier eigentlich nahe naja auf jeden fall damit den ersten platz belegt und das kann ja auch vom kopf eine kopf sache sein ja das ist dann auch mal nach hinten los geht man dann die pression gekriegt wie auch immer was haben wir denn hier noch also das hat man gelesen ja so dann gehen wir mal nach oben ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017